Liebe Philhaer und Philhaerinnen, aber ganz besonders liebe Philhaerinnen, die vergangenen zwei Jahre haben wir in den letzten September-Tagen eine eigene Frauenmesse veranstaltet. Und wegen der aktuellen Situation rund um Corona ist das leider heuer nicht möglich. Aber wir waren kreativ und haben uns was einfallen lassen. Wir rufen heuer erstmals die Philhaer Frauenwoche aus. Eine ganze Woche lang werden wir darüber informieren, welche Institutionen und Organisationen, Vereine es rund um Frauenthemen in Philhaer gibt. Und das sind wirklich viele. Egal ob Arbeit, Beruf, Gesundheit, Soziales oder Bildung. Wir sind die Plattform, wo Sie Infos holen können, wo es Beratung gibt. Wir werden auf Social Media Videos und Beiträge teilen. Auf unserer Homepage gibt es alle Informationen und auch einen Info-Flyer zum Herunterladen. Also schaut vorbei, informieren Sie sich eine ganze Woche lang.